Na gut, das ist nochmal hier zum größten Baum am Mariannenplatz. Wurzelfäule und Weissschimmel durchzogen ihn und die Fruchtkörper an den oberen Stämmen waren ein klares Indiz und Rechtfertigung für seine komplette Abholzung. Diese besagten Fruchtkörper, die Fruchtkörper, die Fruchtkörper, Na gut, hier sind ein paar Timmel dran. Hier ist alles ziemlich morsch. Das sagen wir mal. Das ist wohl so. Na klar, hier ist natürlich durchaus Fäule dran und hier ist der Fruchtkörper. Das ist ein Fruchtkörper. Sonst sind hier relativ wenige Fruchtkörper zu sehen. Das ist ein ziemlich solider Ast. Ja, man kann hier einfach vorsichtiger vorgehen. Ich meine, das hier ist klar und gesund. Der ist gesund. Das ist gesund. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Vielen Dank.